Wir haben Brot, Entchen! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Video, Lanas Reich. Wir sind gerade in unserem Stadtpark. Wir gehen gleich hier rein, das ist schon der Eingang. Naja, sag ich mal, wir gehen mal los. Guck mal, hier sind Vögel in unserem Stadtpark. Und guck mal, Mama, kannst du mal kurz die Zuschauer hier reingucken lassen? Da sind auch kleine, so kleine Eier. Da sind die kleinen Vögel drin. Das sieht man nicht. Macht ja aber nichts. Wo ist die Vögel? Oh, die ist hier durchgegangen. Dann gehen wir mal weiter, Zuschauer. Und wir gehen jetzt zu den Enten füttern. Ich. Da sind die beiden oben. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wo lang. Du magst Enten, ne? Ich mag Enten und direkt auf Enten füttern. Sag doch was. Und das Leben. So, bis gleich. Wir treffen uns gleich bei den Enten wieder. Tschüss. Wir haben Brot. Enten. Helena. Hallo, ihr Lieben. Na ja, wir sind jetzt bei den Enten und füttern jetzt die Enten. Oh, da kommt schon eine. Oh, da kommt schon eine. Oh, da kommt schon welche. Oh, da kommen ganz viele. Oh, da ist die Ente getroffen. Oh, guck mal, da sind noch. Ja. Wollt ihr auch? Keine Sorge, du kriegst auch noch. Keine Sorge, du kriegst auch noch. Keine Sorge, komm her. Oh, guck mal, da kommen. Wir sind nachher. Mama, der ist noch großer. Hm. Die großen sind hier im Enten auch noch. Wieder andere große Enten? Wirf mal hier hin, Schätze. Zu mir. Milana. Hier hinwerfen. Oh, Mama, wie groß die sind. Ja, wirf mal dahin. Wo dahin? Hier hin. Die kommen schon dahin. Oh, eines. Guck mal, die streiten sich da vorne. Guck mal. Hier. Sollte. Hier erwarten welche. Wollte. Da kommen welche. Da kommen welche hin. Dann gehen wir zu denen ein bisschen näher. Aber nicht laufen, sonst erschrecken die sich. Ich kann das nicht essen, Schatz. Das ist zu trocken. Muss man ins Wasser, Schatz. Nein, komm hier hin. Schatz, Schatz, der hier wartet. Schatz, schatz, guck mal, der hier wartet. Hier vorne, der Große. Nicht der, nicht der. Hier, links, links. Das ist die Sache, Charles. So ihr Lieben, ich habe gerade den ganzen Muttenenten gegeben. Und die kleine Ente, die ich euch zeigen wollte, die finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil die kleiner ist und anders aussieht als Enten. Und wir fahren gleich nach Hause. Und naja, tschüss ihr Lieben, bitte Daumen nach oben, weil ich möchte auch Daumen nach oben kriegen für mein bestes Video. Und auch auf die Klingel drücken, da ist so ein Viereck, da müsst ihr da draufklicken, dann kommt da was drauf, dann auf das Blaue. Dann verpasst ihr keine Videos von mir, da steht ein Video drauf und dann musst du da drauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann müsst ihr da draufklicken und nichts verpasst. Tschüss.